Ich würde sagen, jemand, der fast kein Bindungstrauma hat, der kommt hier in der Gesellschaft gar nicht klar. Der hat Schwierigkeiten, weil der wird Dinge ansprechen, die nicht in Ordnung sind. Der wird sehr viel Kontrakt herstellen wollen, der wird überall auf Widerstände stoßen. Also natürlich, der ist erwachsen, der kann sich darauf einstellen, aber das hält die Gesellschaft nicht aus. Noch nicht. Stellen Sie sich mal vor, jemand, der ganz frei ist und frei von Angst, der wird von allen Seiten bekämpft. Der wird als Störfaktor isoliert.